Wie soll ich denn? Was? Warte mal, wie weit kann ich denn springen? Schaff ich jetzt überhaupt noch mal? HIEUH! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Cuphead. Ihr seht es schon, das leiseste Let's Play der Welt. Ich glaub Teil 3 oder so. Heute mit Cuphead. Es ist schon ganz spät und meine Freundin schläft, aber ich brauch das hier noch, die Aufnahme. Und jetzt muss ich halt ganz leise sein. Und das ist ja bei einem Spiel wie Cuphead optimal. Hab ich schon, hab ich alles schon. Also wir haben hier Funhouse Gut, bin ich dabei, bin ich verschladen, aber Ihr auch. Okay, was ist denn das? What the fuck? Oh Gott, nein! Was? Das geht gar nicht. Ja super, jetzt kommt der Wie soll ich denn? Was? No fucking chance, die kommen ja gleichzeitig. Achso, warte ich. Achso, ne aber guck mal, die sind gleich schnell, das geht gar nicht. Hä? What the fuck? Ich hab da so eine Superpower. Warte mal kurz. Und jetzt pass auf. Und jetzt pass auf. Gewusst wie? Fuck. Zack. Easy, man. Okay. Okay. Warte kurz. Nee. Zieh ab. Zieh ab. Oh. Fuck, was? Alter, das ist die... Hä? Ich muss auf die schießen, oder was? Ins Auge? What? Okay. Okay. Alter, wie ich das jetzt auf einmal raus habe. Alle denken sich, what the fuck? Warum ich da so gut? Und ich sag euch, warum, weil ich... Was da? Sch, 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 sch. Zum Glück... Zum Glück werde ich nicht getroffen, wenn ich... Ich... Wenn... Wenn... Scheiße. Das ist sackschwer, ne? Ich hab noch nicht mal eine so eine Ding, ne? Noch nicht mal eine so eine verkackte... Ja. Ja. Da. Wehe, jetzt kommt noch was raus. Beides ist offen. Okay. Gewalt, mate. Was ist denn das? Okay. Okay. Warum soll ich denn jetzt den... Oh, shit. Oh. Okay, wartet, wartet, wartet. Ich mach das. Den mach ich dir... Den mach ich dir easy. Warte. Nein. Fick dich. Ich hätt einfach durch. Es ist mir ja... Nein. Oh, Gott. Ich darf hier kein Life verlieren, ne? Weil das ist so crikey, was hier... Oh, shit. Oh, shit. Ja, es war nur zwei. Ich hab einfach überlebt. Krass, wie gut ich bin. Manchmal bin ich schon überrascht, dass ich... Oh, komm mit deinem Doppelfist. Du verarschst mich doch gerade. Jetzt hab ich echt noch... Okay, 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 okay. Ah, scheiße. Geh mir bloß fort mit deinem... Oh, Gott. Ich kann die abschießen. Ich kann die Homunculus einfach abschießen. Na gut, das ist natürlich... Das erleichtert diese ganze Schose extrem. Damit hab ich irgendwie nicht gerechnet, dass ich einfach abknallen kann. Oh! Oh, my God. I'm fucking scared right there. Nein. Nein. Ein HP nur noch. Ich brech zusammen. Oh, Gott. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Was ist denn hier los? Oh, nein. Scheiße. Muss ich den zerstören? Wahrscheinlich, ne? Ah, ich... Hau... Mein Stier taucht mir einfach. Okay, okay, okay. Ich kann die kaputt schießen. Was? Okay, warte. Was? Was? Ich kann die kleinen Enten einfach kaputt schießen. Schießen ist halt immer hilfreich. Ich hör mal das mal. Die großen auch. Die große auch. Ich weiß nicht, ob ich jeweils schon mal so ein leichtes Level hatte wie das hier. Guck, die kleinen sind einfach schon down. Fucking down, Alter. Ich sterbe. Schießt du deine kleinen Pimmel? Oh, fuck. Oh, fuck. Nein. Ich hätte eben easy noch hier zumindest mit zwei Bums rausgehen können, ne? Okay, warte. Oh. Nee, 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 nee. Sau einfach der Anfang. Okay, man kann ja gar nicht irgendwie live verlieren. Außer man ist wirklich total bescheuert. Pass mal auf, lass mir gleich... Oh, fuck, nein. Ja. Das Unfair-Doppelschuss zählt nicht, Mann. So, drei live noch. Können Sie jetzt zurecht drücken. Und los geht's. Es ist schon... Es ist schon hart. Das darfst du nicht vergessen. Es ist schon ein hartes Spiel, du. Es ist schon hart, du, du. Nicht wahr? Nein. I need all my love. I need all my love all the way. Was? Erfüsste mich einfach. Deine Mutter. Wie bin ich jetzt gerade eben nach oben gekommen? Keine Ahnung. So. Also. Ich denke, wenn er rauskommt, schieße ich ihm meinen Bollen in die Fresse. Bah! Okay. Scheinbar. Kann ich... Ach du kacke. Nee, oder? Was ist denn das jetzt? Was? Okay, Mann. Ich bin noch richtig rum. Ja. Was ist denn mit ihm? Nein. Ey, no chance. Ich hab no chance. Der muss nur einmal... Ah, weg ist er. Easy, Mann. Okay. Warte mal, wie weit kann ich denn springen? Schau mich jetzt überhaupt darüber. Oh Gott. Es ist ohne Witz, es ist gar nicht so schwer. Es sieht sau schwer aus, aber es ist nicht schwer. Ich wechsel einfach rechtzeitig. Was? Naja, aber jetzt weiß ich ja, wie der Hass läuft. Okay. 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 Eigentlich auch locker. Es ist sowas von locker hier. So. Easy piece, lemon squeezy. Mop. 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 Easy. Warte, warte, warte. Nein. Fuck. Der bringt mich echt jedes Mal zur Weißglut. Okay. Ja, ja. Was? Das darf nicht wahr sein. Das geht gar nicht. Full life, dude. Full life. Ich darf jetzt nicht von diesem einen Stern niedergemacht werden. Das ist so lächerlich. Man muss halt... Man muss noch nicht mal auf viele Dinge achten hier. Und trotzdem krieg ich es nicht gebacken. Nein. Nicht von hinten an gedackelt. Komm. Geh weg. Okay. Und zwar... Der nächste jetzt. Der da. Der verarscht mich jedes Mal. Schon wieder hätte er mich fast... Er hätte mich fast gefickt, ne? Ich... Ey. Ja. Das erste Mal geschafft. Ich fand... Ich fand das auch schwer gerade eben. Ohne Witz. Deine verschissene Kinder! What the fuck, ey. Grün, komm her. Gut. Tuba-Spieler. Zieh ab, ne? Nein, nein. Ich wollte gerade sagen, er kommt hoch und was mache ich? So weit kann man nicht springen. Komm ich da rum dran? Aber gerade so, gerade so. Da legt es mir doch am Räumel, der Welt, der Gliziputzi unter. Nein. Und ich habe keine Ahnung, wohin der geht. Ich muss jetzt gucken, wie der schießt, auch wenn ich draufgehe. Gar nicht. Okay. Das war ein Diss, bitteschön. Was habe ich gemacht? Ich versuche gerade noch eine Patentlösung für diesen einen... Gott, das war knapp. Für diese eine Scheiße hier. Ey, wisst ihr was? Was ist, wenn ich... Ich weiß was. Ich weiß was. Annalsam. Was ist, wenn ich hier, wenn er so schräg schießt? Deine Kack. Wenn ich drauf zulauf und durchpushe. Das müsste eigentlich immer grundsätzlich funktionieren. Was? Drei verschissene Laugh, dudes. Hohohoho. Okay, passt auf, passt auf. Jetzt. Ja, ja. Äh, äh. Drei Laugh. Nein. Verpiss dich über... Ich habe es nicht gepackt bekommen. Mit diesem Stück Scheiße. Also, der macht das gleiche, jedes Mal. Und der andere hat doch vorhin auch das, äh, gut, äh. Halt, ich muss so hin und dann, äh. Jetzt kommt er noch zu einem Rotzahnez. Aha. Jetzt gehe ich halt runter. Oh Gott. Sehr gut, der hat voll wenig Life, der Kerl. Ähm, ja. Was? Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt echt nicht, was... Ich werde verrückt, Leute. Das ist so wie bei Kaiser Mario, wisst ihr noch? Da habt ihr irgendwann gemeint, spiel das lieber nicht, der wird verrückt. Was war das gerade eben für ein Move? Hat der mich gerade eben gesehen? Nee, nee. Was ist, wenn ich hier oben langgehe? Ist das hier irgendwie chilliger? Der Trick ist es ja, dass man sich immer mehr auf das Spiel einstellt, weiß ich? Und dann eben nicht einfach was Neues macht. Weil das Chaos bedeutet. Bitteschön. Ich bin so dumm, ich wäre fast reingesprungen. Ich bin so fucking da. Nein. Ich kann den Nachmacher noch. Ach du Kacke. Ja, er muss es mir natürlich in die Fresse hauen, ne? Ist klar. Ist klar. Ah, wisst ihr was? Das Grüne ist hier vielleicht gar nicht so uneffektiv. Aber, aber in... Na, obwohl im Gesamten schalte ich das aus und dann werden live mehr. Was mache ich hier überhaupt mit dem Scheißgrünen? Na gut, nutzen wir es halt mal kurz. Aber ich glaube, ich bin ziemlich da. So, Achtung. Ja, das geht. Okay, irgendwie ist es schon cool hier mit diesem Zielsuche. Aber, äh... Im Gesamten auch nicht so wirklich. Alles in allem ist es schon ziemlich cancerous hier. Also, wäre in live mehr echt eine geile Sache. Sehr gut. Ähm, gut. So, ich glaube, dass er nach unten geht. Gut. Komm, stirb, stirb. Oh Gott, sag, muss ich rings mit dem grünen Zeug hin. Da würde ich aber ganz leicht lachen. What? Wartet. Okay, Endgegner. Oh shit, was heißt das jetzt? Ne Zunge. Mhm. Ja! Ja, wie komme ich da jetzt durch? Da sterbe ich doch, wenn ich da lang laufe. Was bringt meine Ultra? Nichts. Oh Gott! Ich habe es mit den Gräpelschüssen geschafft. So. 2 Minuten 21. Die Aufnahmezeit 30 Minuten. Ja, das war es schon. Äh... Ha. Da freut er sich. Ja klar, würde ich mich auch freuen. Waren wir jetzt hier drüben schon? Ja klar. Was fehlt denn jetzt noch überhaupt? Gar nichts mehr. Ah, den wollte ich ja eigentlich machen. Da machen wir uns da mal dran. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wahneh. Allein... All right. узнаm... Bus bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.